Das wird teurer als bei den anderen Bödel. Entschuldigung, das geht nicht. Die Art des Umgangs miteinander. Das ist doch schade für dich. Alte Riefen, ungeschriebene Gesetze. Wir haben uns nie gesehen, mein Junge, alles klappt. Dafür sollten sich alle ganz normal benehmen. So natürlich wie immer. So wie sie eben sind.